Mein Name ist Markus Ritter, ich bin Präsident vom Schweizer Bauernverband und ich freue mich dieses Jahr am Tag der Bauwirtschaft mit dabei zu sein. Die Landwirtschaft und die Bauwirtschaft schaffen hier auf Betriebsebene sehr gut zusammen, das können wir auch im politischen Bereich. Hier in Bern aber verschafft sich derjenige Gehör, der die starken Argumente hat, der ein gutes Netzwerk hat, der aber auch engagiert und mit Herzblut für die Sache einsteht. Wir haben gemeinsam hier ein grosses Potenzial. Ich freue mich am Tag der Bauwirtschaft darüber reden zu können.